Die Leute sagen ja, auf der Wiesn ist das Wichtigste die Tradition. Bloß, was ist aus der Tradition? Warum? Lass dich dir an den Bierfassel heißen. Aber du gehst ja nicht auf den Fasching, sondern du mögst mit deiner Crew im Zelt gescheit aufrepräsenten. Und für das brauchst du einen Style. So schaut's halt einmal aus. Dann pass einmal auf, die Leute vom Hofbräu und die Schätzlung vom Keller in Sand retten jetzt deinen Wiesnlook. Da schau einmal, das Kapi hat alles, was man braucht. Brezen! Brate! Händl! Bier! 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 Aber manche junge Leute haben ja heutzutage gar keine Zeit zum Customizen. Die wollen gleich mit dem Sauffahrer fangen. Prost! 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 Anzapftest du Pazi! Tempest du P lane Untertitelung des ZDF, 2020